Einen wunderschönen guten Morgen zur Morgenanalyse DAX und Wall Street heute am Donnerstag den 11. April 2024. Mein Name ist Andreas Bernstein. Schön, dass du dabei bist und dass wir uns den Märkten widmen können nach den Verbraucherpreisen. Gestern gab es noch mal einen ordentlichen Rutsch, aber der passt so ein bisschen in das Trendverhalten des DAX. Da gehen wir nach dem Intro direkt drauf ein. Bitte immer daran denken, das ist hier ein Trading Business ab 18. Also Jugendliche bitte fernbleiben, wegskippen, wie es so schön heißt. Keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapier, nur meine persönliche Meinung, die ich hier kundtue und die baut sich auf ab dem letzten Dienstag. Denn da gab es das Allzeithoch und da gab es auch den ersten Tag, den wir hier mit einem starken Minus von mehr als einem Prozent seit vielen, vielen Wochen hatten. Die Erholung folgte auf dem Fuß. Die Xetra-Konsolidierung der Woche umfasste dann eben den restlichen Dienstag, den Mittwoch und auch den Donnerstag bis Handelsende. Wir kamen fast an diese Schwelle zurück, wo der DAX tatsächlich diesen Absprung oder Abschwung hier vollzog. Und am Abend gab es schon den nächsten Abschwung. Das war der Donnerstag, als der Dow Jones 500 Punkte verlor. Das blieb natürlich nicht spurlos beim DAX-Geschehen. Im Endloskontrakt oder auch im Future nach dem Xetra-Schluss zurück. Insofern dann zum Wochenausklang Freitag auch nochmal ein bisschen eine Erholung, aber soweit dann auch wieder nicht. Die untere Bandbreite, die wir hier skizziert hatten, die basierte auf dem letzten Ausbruch, den wir gesehen hatten am 21. März. Und zwar ist das die Schwelle 18.047. Da sind wir nicht ganz herangelaufen in der Vorwoche, aber dafür mit einem Rücklauf in der neuen Woche am Montag direkt an den Abwärtstrend, den wir eingangs skizziert haben. Also ich hole dir nochmal vor, hier Abwärtstrend Dienstag bis zum Wochenausklang siehst du auch hier die zwei Hochpunkte. Die habe ich ganz einfach verbunden. Und am Montagabend waren wir dann genau an dieser Linie. So einfach ist die Charttechnik oder kann sie sein? Das Schwierigere ist das Handeln. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber wie einfach die Charttechnik dann auch weiterhin Bestand hat, sahen wir dann bereits schon am Dienstag. Denn da gab es den Abprall und neue Wochen- und Monatstiefs. Und hier in den Tiefpunkten verankert war dann nicht nur erneut ein Tag mit über einen Prozent Abschwung, sondern du siehst hier den Tiefpunkt Börse Frankfurt 18.058. Und das ist nochmal ein tieferes Eindringen in diese Zone, die wir in der letzten Woche als Tiefzone markiert hatten. Also das Ausbruchslevel aus März. Das wurde dann eben am Dienstag noch einmal getestet mit diesem Minus. Und was ist gestern am Mittwoch passiert? Entschuldigung, gestern Abend. Doch, gestern am Mittwoch. Keine Entschuldigung. Ich nehme die Entschuldigung zurück. Es ging nochmal eine Ecke tiefer. Aber wir haben uns darüber wieder stabilisiert. Also man kann es positiv und negativ sehen. Negativ erst einmal für die Bullen. Wir haben die 18.000 durchgehandelt. Es gab einen sehr, sehr starken Rutsch gestern. Und positiv für die Bullen. Wir kehrten ein Stück darüber zurück und gingen sogar mit einem Plus aus dem Handel. Tatsächlich gestern war am Plustag 18.097. Man hätte es kaum erwartet. Aber dadurch, dass eben der Dienstag so negativ war und wir erst einmal auch mit einem Gap eröffnet hatten. Also gestern die ersten Kursreaktionen, die waren ja auf der Oberseite ausgelegt, gab es dann tatsächlich rechnerisch ein Plus und eine Entfernung von den Tagestiefs von über 100 Punkten. Also Volatilität ist wieder da. Mark, das freut uns im Trading. Und das bringt auch gleich den Trade von gestern nochmal hier auf die Agenda. Da möchte ich dich mitnehmen. Gerne dir das anzuschauen, was ich da gestern gehandelt hatte. Mit den Voraussetzungen der Vorbörse und einer starken Vorbörse. Denn ein Tag vor den wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA hatte sich in der letzten Handelsstunde auch die Wall Street nochmal erholt. Der Dow Jones schloss fast unverändert. Plus minus Null. Der Nasdaq hat sogar das Plus wieder erobern können am Dienstagabend. Und das kurz vor solchen wichtigen Daten. Naja, wie auch immer. Ich will es gar nicht bewerten. Die Zahlen bringe ich dir gleich auf den Schirm. Die zeigen die Bewertung an sich. Da muss ich nicht vorab drüber spekulieren und auch nicht spekulieren, wie Zahlen ausfallen, sondern die Marktreaktion abwarten. Doch bevor wir zu der kommen, was ist gestern Morgen passiert? Wir eröffnen mit einem starken Xetra-Gap auf der Oberseite. Und das ist dann auch eine Barriere gewesen oder eine Zone, wo ich mir dachte, okay, im Endloskontrakt, da verweilte der Index schon öfters. Und mit dem Xetra-Gap, was so gar nicht ins Bild passt bei diesem Abwärtstrend, ja, das war ja die Voraussetzung gestern noch im Handelstag am Morgen, dann suche ich mir dort eine Short-Gelegenheit. Also sobald die erste Kerze so ein bisschen nachließ, bin ich short gegangen, das Momentum nachließ, wohlgemerkt, mit Ziel, dass wir vielleicht ins Gap reinlaufen oder zumindest an diese Gap-Kante. Und als wir an diese Gap-Kante herangelaufen waren, dann kommt wieder das Risiko und Money-Management zum Tragen. Da dachte ich mir, okay, dann können wir auf jeden Fall hier auch die Gewinne mal zumindest teilweise mitnehmen. An so einer Gap-Kante ist ja auch oft ein Unterstützungsniveau zu sehen. Und genau das war auch richtig, denn der Markt lief noch mal ein kleines Stück höher und ist ja dann erst im Nachmittagsverlauf so unter die Räder gekommen, wie wir das gesehen haben. Das kann ich dir gerne mit dem Stock-3-Terminal einmal zeigen. Also wir sind nochmal nach oben gelaufen und hatten dann hier diese Abrisskante bei 18.200 direkt zu den Zahlen 14.30 Uhr. So, wie sind die Zahlen ausgefallen? Also das ist natürlich wichtig einzuordnen und vor allem, was auch die Auswirkungen der Zahlen sind. Die Zahlen über die Verbraucherpreise waren höher als die Prognose und auch weitaus höher als im letzten Monat skizziert. Und damit entfernen wir uns weiter von der Zielmarke. Die Zielmarke der US-Notenbank FED ist ja tatsächlich um die 2% verankert. Und wir waren schon nah dran. Wir waren bei 3,1% im Dezember letzten Jahres. Das sah alles gut aus. Dann der Rückschlag im Dezember, dann im Januar wieder auf die 3,1%. Es sah auch wieder alles gut aus, als geht die Inflation weiter zurück. Und ja, im Februar schon einmal höhere Zahlen. Das gab eine erste Enttäuschung für den Markt und eine Verschiebung des Zinsniveaus, beziehungsweise der Zinsprognose, wann endlich dieses hohe Zinsniveau verlassen werden kann. Da waren wir mit der Sitzung Ende März dann schon raus. Ja, also da gab es keine Zinssenkung. Die Spekulation darauf verschob sich in den Mai beziehungsweise in den Juni rein. Und im Juni, vor dem Verbraucherpreis, die gestern kamen, war das ganze 50-50. Also 50% der Abstimmungsberechtigten waren der Meinung, okay, im Juni können wir die Zinsen senken. Und 50% sagen, nein, wir lassen es mal auf den hohen Niveau, bis die Inflation eben Signale dafür gibt. Wie hat sich das seit gestern verschoben? Sehr, sehr interessanter Fakt. Und zwar im Juni jetzt doch nicht. Also nur noch mit 17,9% eine Zinssenkungswahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich was, was die Wall Street so ein bisschen beben lassen hat. Also wir sind gestern sprichwörtlich unter die Räder gekommen. Wir mussten diese Trendlinien neu justieren, die wir in den US-Märkten gesehen haben. Also nach dem Montag oder Dienstag hatten wir noch eine unveränderte Aufwärtstrendlinie. Das Dreieck blieb bestehen. Auf der Oberseite ging es nicht wirklich weit. Auf der Unterseite auch nicht. Und mit diesem Minus gestern müssen wir eben diese Aufwärtstrendlinie hier ein bisschen neu justieren. Der Markt, der Nasdaq, schloss über der 18.000. Und beim Dow Jones, da hatte ich ja erwähnt, der war verantwortlich am Donnerstag letzte Woche für diesen starken Abriss im DAX nachbörslich. Da verlor der Dow Jones 500 Punkte. Das ist immer so eine Marke, 500 Punkte, wo viele Marktteilnehmer sagen, oh, Achtung, 500 Punkte, die Hälfte von 1.000, vielleicht auch im psychologischen Aspekt. Vielleicht stabilisiert sich es da. Und das war auch genau das, was gestern im Live-Trading meine Idee war, dass hier eine Stabilisierung reinkam. Und die habe ich erfolgreich gehandelt. Nachmittags im Live-Trading, wie du hier siehst, abwarten, bis da eine Botenbildung oder zumindest eine Tendenz zu sehen ist. Und dann mit einem Take-Profit auch wieder rausgehen. Es lief tatsächlich bis zu den orangenen Bereich hoch. Also aus plus 400 Dollar hätten auch mal 800 werden können oder 650, 700. Aber gut, also man hat ein Ziel im Markt und nimmt dann auch die mehreren 100 Dollar mit und freut sich darüber, anstatt darauf zu hoffen, dass es mehr, 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 naja, mehr, mehr, mehr gibt es aber auf alle Fälle, wenn du dazukommen möchtest, zum Live-Trading an der Wall Street. Dafür habe ich dir schon mal einen Link erstellt. Also komm da gerne rein. www.fitforfinanzen.de Schrägstrich Wall Street. Zwei Tage sind buchbar und jetzt kommen wir noch mal auf das DAX Big Picture zu sprechen. Die Wall Street, das Thema ist erst mal kurzfristig abgehandelt. Da hatten wir ja das große erste Signal mit einem Trendbruch vorliegen, mit dem letzten Wochenausklang und damit dann auch ein Dreieck, wenn man so möchte. Die Trendlinie habe ich schon einmal verschoben gehabt, die Aufwärts-Trendlinie. Die ist ja gebrochen, ja, Ende letzter Woche. Dann einmal leicht verschoben mit den neuen Tiefpunkten und im mittelfristigen Chartbild gab es eben dieses Ausbruchsniveau, was wir noch beachtet haben. Aber im großen Big Picture hat sich durch das gestrige Minus und die neuen Wochentiefs dann auch noch mal was geändert, nämlich ich lasse die Trendlinie ganz weg. Ich fokussiere mich jetzt auf die nächste Trendlinie, weil es hier mit der Tageskerze dann vielleicht weniger Sinn macht, nochmal an der Linie rumzubasteln, sondern ich nehme die nächstgrößere. Der Aufwärts-Trend hatte sich ja aufgefächert die letzten Wochen. Und die beginnt tatsächlich ab Mitte Januar und hat jetzt noch vom Kurs her Platz bis zu 17.900, also vielleicht auch die 18.000 als psychologischer Bereich. Wir schauen mal, wo wir hier in der Vorbörse stehen mit den Voraussetzungen, die es gestern am Kapitalmarkt gab. Also dickes Minus in den USA. S&P 0,95 im Minus. Der Dow Jones über 1 Prozent ist sowieso der schwächere Index die ganzen letzten Tage und Wochen gewesen. Und der Nasdaq 0,87. Und ich kann dir das gerne noch einmal für den Dow Jones in einer anderen Darstellung zeigen, wie stark wir hier nach unten gelaufen waren. Und zwar hole ich mir das Ganze auf das Trading View Desk. Ne, habe ich gar nicht hier dabei. Habe ich heute nicht dabei. Also wollen wir mal das auf eine andere Ebene. Hier blinkt die ganze Zeit. Das Telefon holen und zwar auf die Vorbörse. Die neuen Tiefs. Da gibt es eine Entspannung. Ja, also wir kommen ähnlich rein heute in den Handel, wie wir gestern Xetra-technisch geschlossen haben. Jetzt für die JFD-Broker-Indikation plus 11. Die beginnt aber auch dann Mitternacht. Und ich habe auch schon die LSX-Indikation da. Und das ist dann die 18.095. So, das Xetra-Schlusskurs-Level haben wir uns ja auch aufgerufen gehabt. Das vergleichen wir jetzt oder gleichen wir jetzt ab. Das war gestern bei der 97 hier zu sehen. Und wenn wir jetzt auf die lange und schwarze Indikation am Morgen schauen, sind wir bei einer 94. Also kein Gap. Und insofern auch bei den US-Futures da keine großen Bewegungen. Ganz leichte Pluszeichen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt einen Trade eingehen möchte am Morgen. Terminlich müssen wir heute ganz genau aufpassen. Da gibt es nämlich nach den Verbraucherpreisen als nächste Stufe die Erzeugerpreise. Die kommen 14.30 aus den USA. Das ist in der Kette der Produktion quasi das vorgelagerte Inflationspendon. Und wenn wir einmal hier an dieser Terminliste sind, noch der Hinweis EZB-Sitzung. Ja, alle reden über die FED, über die US-Notenbank. Aber wir haben ja selber eine Notenbank. Die EZB, die tagt heute 14.15 Uhr. Das Sitzungsergebnis. Da dürfte nichts passieren. Da sind sich zumindest die meisten Marktteilnehmer einig. Aber die Ausrichtung fürs Jahr ist hier wichtig. Also kann man vielleicht für den Juni mit einer Zinssenkung rechnen im Euro-Raum oder auch später, weil eben die Inflationsdaten das noch nicht hergeben. Das muss Christine Lagarde in der Pressekonferenz erklären. Und die startet dann eben eine Stunde später. Wir werden das auf Twitch live übertragen. Also gerne dort einschalten. Die Pressekonferenz gibt es dort live zu sehen. Kostenfrei. Und den Live-Trading-Room, den gibt es nur noch für Mitglieder übrigens seit Dienstag. Und ja, vom Quartalstag warten wir dann gespannt auf das, was am Freitag mit dem Start der Quartalsaison hier veröffentlicht wird. Weitere Social-Media-Kanäle von mir hast du sicherlich schon entdeckt. Ansonsten hier nochmal in der Liste. Und damit sage ich Dankeschön, dass du dabei warst. Komm gut in den Handelstag. Wird volatil. Und das ist auch gut so. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Andreas Bernstein.